Hi und herzlich willkommen bei InstaLot. Heute gibt es die gelöschte Folge von Dr. Phil über Nicole Kessinger und ich habe lange gesucht, habe sie gefunden. Zuerst wurde sie gelöscht und dann gab es sie plötzlich doch wieder auf der Homepage von Dr. Phil. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe es einfach nur mal direkt abgespeichert und habe es jetzt geschafft, es euch zu übersetzen. Ich denke, die Folge wurde gelöscht, weil es sehr subjektiv ist. Also es ist, naja, die psychologische Sicht und demzufolge natürlich auch die persönliche Sicht von Dr. Phil über Nicole Kessinger. Und wir haben jetzt auch schon mehrere geschrieben, dass sie genauso wie ich von Nicole Kessinger Anhängern angeschrieben wurden. Und ich denke mal einfach, dass ich denke, dass Nicole Kessinger vielleicht auch geklagt hat gegen diese Folge von Dr. Phil, weil sie in ein ziemlich schlechtes Licht rückt. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Ich fange jetzt an und ja, Dr. Phil hat gesagt. Es ist erst zwei Tage her, dass die Schwangere Shannon Watts und ihre beiden Töchter Bella und Celeste spurlos aus ihrem gemütlichen Haus in Frederick, Colorado verschwunden sind. Bevor sie verschwanden, schien die Familie Watts die perfekte vierköpfige Familie zu sein. Doch nun ist alle Hoffnung, sie lebend wiederzusehen, weg. Watts hat eine gewaltsame Konfrontation gestanden. Er behauptete, er sei Zeuge gewesen, wie seine Frau ihre Kinder kaltblütig aus dem Leben riss und habe sie dann in einem Anfall von Gier und Rache ebenso beseitigt. Er hat die Polizei zu den Körpern geführt. Die Überreste von Shannon, Bella und Celeste werden in einem flachen Loch und in Öltanks auf einem verlassenen Ölfeld gefunden, wo Chris Watts, Shananns gut aussehender Ehemann und Vater ihrer Kinder, verhaftet wurde und wegen dieser Tat hinter Gittern sitzt. Auf Schritt und Tritt deckt die Polizei neue schockierende Wendungen auf. Sie hatten die gesuchten Personen und ein Geständnis, aber die Polizei zweifelte von Anfang an an Chris' haarsträubender Geschichte. Er hat bereits bewiesen, dass er alles andere als glaubwürdig ist. In den Tagen nach der Entdeckung von Shanann und ihrer Kinder versuchten die Ermittler weiterhin das Puzzle zusammenzusetzen, um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Und Amerika konnte nicht genug von dieser schrecklichen Geschichte bekommen, die sowohl anzüglich als auch erschreckend war. Warum ist das Interesse an dieser Geschichte so groß? Warum sind die Menschen so sehr daran interessiert? Weil das überall in den USA passieren kann. In jeder Familie. Es handelte sich nicht um eine Randgruppenfamilie. Das waren keine Leute, die am Rande der Gesellschaft lebten, die man ansah und sagte, ja, das kann ich mir vorstellen. Man sah sich diese Familie an und sagte, wow, wenn das dieser Familie passieren konnte, dann kann das echt jeder Familie passieren. Die Leute wollten wissen, wie und warum? Was ist passiert? Ich weiß das, weil mich die Leute auf der Straße angesprochen haben und die Fragen waren nicht rhetorisch. Sie wollten wirklich wissen, was in dieser Welt vor sich geht, denn in dieser einen Woche im August war viel passiert in Chris Watts Leben und seine Familie war weg und eine außereheliche Affäre wurde aufgedeckt. Und er wurde verhaftet. Das Interview, das er gab vor dem Haus, in dem Haus, welches er sich mit seiner Frau und seinen Kindern teilte, ging viral im Internet. Die Reporter stürzten sich auf die Geschichte und stellten fest, dass Chris zwar wie ein Schaf aussah, aber in Wirklichkeit ein Wolf im Schafspelz war. Chris Watts war zu Amerikas meistgehassten Vater geworden. Die Ermittlungen brachten sofort die Wahrheit über eine zerrüttete Ehe zum Vorschein, die zu so einer Tat geführt haben könnte. Hinter den fröhlichen Familienfotos und den überschwänglichen Posts in den sozialen Medien gab es einen tief verborgenen Groll, Spannungen und Zwietracht. Und bei näherer Betrachtung waren all diese Posts einseitig. Sie wurden alle von Shanann verfasst. Sie wurden nicht von Chris veröffentlicht. Vielleicht, weil Chris zu sehr damit beschäftigt war, eine Affäre zu haben. Es gab Geldprobleme und Chris war besorgt über die finanzielle Belastung durch ein drittes Kind und darüber, was es bei ihm auslösen würde, wenn sie es nicht mal schaffen, zwei Kinder zu ernähren, zu kleiden und großzuziehen. Und jetzt noch ein drittes. Aber was noch wichtiger war, war die emotionale Kluft zwischen Chris und Shanann. Und das hatte Shanann in den Tagen vor ihrem Verschwinden zum Verzweifeln gebracht. Hatten ihre Probleme dazu geführt, dass Chris nach einem Ausweg suchte? Es bleiben so viele Fragen. Wusste Chris' geliebte Nicole mehr über seine eheliche Situation, als sie zugegeben hatte? Hatte sie eine Ahnung, dass Chris bald in das Leben der Menschen eingreifen würde, die ihn am meisten liebten? Und war Chris wirklich im Begriff seiner Familie die Wahrheit zu sagen, was wirklich geschehen ist? Die Geschichte von Chris und Shanann Watts. Nun, es war noch nicht vorbei. Sie hatte gerade erst begonnen. Und ich habe den leisen Verdacht, dass das einige Leute sehr nervös machte. Und das ist das, was in dieser Folge von Dr. Föll auf dem Programm steht. Die Geschichte von Chris Watts. Der Ehemann, Vater und Täter begann in der letzten Folge mit dem Gespräch über Chris' geliebte Nicole Kessinger. Chris und Nicole lernten sich bei der Arbeit kennen und lieben. Schon bald begannen sie eine Affäre. Aber laut Nicole war ihr nicht bewusst, dass es sich um eine Affäre handelte. Oder dass sie die Geliebte war. Dass sie die andere Frau war. Sie sagt, sie habe geglaubt, dass sie mit einem Mann zusammen sei, der sich inmitten einer meist einvernehmlichen Scheidung befand. Als sich die Nachricht von Shananns Verschwinden verbreitete, ging Nicole aus freien Stücken zur Polizei, um mit ihr über ihre Beziehung zu sprechen. Aber war sie eine Heldin in seiner Geschichte? Oder ist es möglich, wie Shananns Eltern bis heute glauben, dass sie versucht hat, Chris zu helfen? Und als dann alles aus den Fugen geriet, bekam sie Angst und ist abgehauen. Hat sie ihm tatsächlich geholfen und kalte Füße bekommen und beschlossen, sich selbst zu retten? Sie wurde nie verhaftet oder angeklagt, aber es steckt mehr dahinter, als man denkt. Sicher hat sie der Polizei geholfen. Es schien, als sei sie auf der anderen Seite und nicht auf der Seite ihres Liebhabers. Sie hatte ihnen alles über Chris und Shanann erzählt. Sie sagte ihnen, Chris habe ihr anvertraut, dass er nicht mehr verliebt sei. Sie meinte, er habe davon gesprochen, allein zu leben. Sie habe ihm sein Motiv im Grunde auf dem Silbertablett serviert. Nicole erzählte der Polizei aber auch, dass sie keine Ahnung hatte, dass Chris und Shanann ein Baby erwarteten. Baby Nummer 3. Sie meint, dass ihre Ehe, soweit sie wusste, kaputt war. Nun gibt es tausende von Sesseldetektiven, die diese Geschichte leidenschaftlich verfolgt haben und mit dieser Erklärung nicht zufrieden sind. Aber die Leute, die den Fall aufmerksam verfolgten, hatten auch den Eindruck, dass die Polizei mit dieser Erklärung nicht ganz zufrieden war. Seien wir realistisch. In der heutigen Welt hätte es nur ein paar Mausklicks von Nicole oder einen Bildlauf auf ihrem Handy gebraucht, um Shananns Facebook- und Instagram-Seite zu finden. Jeder weiß, wenn man heutzutage als Single jemanden kennenlernt, ist das Erste, was man macht, seine Social-Media-Plattformen zu checken, ihn online zu suchen und nicht nur herauszufinden, wer er heute ist, sondern auch, wer er war, bevor man ihn getroffen hat. Und wenn Sie einen Ex haben, werden Sie das wissen. Und wenn Sie jetzt das abstreiten, lügen Sie einfach. Wenn Sie behaupten, dass Sie das nicht tun, dann glaube ich das keine Sekunde lang. Und da war ein Anhang. Da ist jemand, der Ihnen sagt, ich bin immer noch verheiratet, wir lassen uns scheiden. Nun wissen Sie, was jeder mit Selbstbewusstsein sagen würde. Wirklich? Wenn Sie mir sagen, dass es sich um eine einvernehmliche Scheidung handelt, dass Sie wirklich getrennt sind und nur aus finanziellen Gründen unter einem Dach leben, dann wird sich das auf den Social-Media-Plattformen widerspiegeln, denn es wird eine gewisse Individualität geben. Wir werden nicht diese ganze Zweisamkeit sehen, all diese familiären Interaktionen. Sie werden nicht sehen, dass die Frau im Büro des Mannes sitzt. Sie werden nicht diese ganze Zweisamkeit sehen können. Jeder konnte das aber sehen. Wenn Nicole die sozialen Medien von Chris oder Chanel überprüft hätte, hätte nichts auf eine Trennung und schon gar nicht auf eine bevorstehende Scheidung hingedeutet und schon gar nicht auf eine bevorstehende Scheidung hingedeutet. Im Gegenteil, Chanel hat häufig gepostet, wie sehr sie sich über den Zuwachs in ihrem Familiennest freut. Sie hat immer wieder gepostet, wie sehr sie ihren Mann und ihr Leben liebt. Ist es wirklich plausibel, dass Nicole nicht ein wenig nachgeforscht hat, wirklich nicht einmal nachgeforscht, sondern nur auf ihren neuen Mann und seine baldige Ex geklickt hat? Stellen Sie sich vor, Sie wären in dieser Situation. Was würden Sie tun? Und dann sagen Sie mir, ob Sie ihr abkaufen, was Sie uns versucht zu verkaufen. Sie fangen an, sich in jemanden zu verlieben. Er ist durchschaubar genug, um zu sagen, ich bin verheiratet. Noch, so zu sagen. Es ist wirklich alles vorbei. Und dann geht es nur sehr langsam voran. Aber es heißt, Sie sind sehr freundschaftlich miteinander. Es ist alles geklärt. Wir warten nur darauf, dass die Mühlen der Justiz sich entscheiden. Und Sie sagen, hey, das ist für mich in Ordnung. Aber wollen Sie mir sagen, dass Sie nicht aus reiner Neugierde auf den neuen Mann klicken, um ihn kennenzulernen? Sie wollen mir sagen, dass Sie nicht neugierig genug sind, um herauszufinden, ob alles, was er Ihnen erzählt hat, wahr ist? Der Polizist könnte den gleichen Gedanken gehabt haben, wie wir. Vielleicht sagt sie nicht alles, was sie weiß. Denn während Sie weiter gegen Chris ermitteln, haben Sie auch angefangen, sich mit der Affäre zu befassen. Und Sie reden mit ihr. Sie ermutigen sie. Wir können Ihnen etwas zu trinken holen. Setzen Sie sich. Lassen Sie uns ein bisschen plaudern. Doch kaum ist sie aus der Tür, wird sie auch schon wieder kontrolliert. Und es stellte sich heraus, dass sie zwar sehr offen über bestimmte Dinge sprach, aber nicht unbedingt die ganze Geschichte erzählte. Sie fanden heraus, dass sie absichtlich einige Dinge zurückhielt. Sie baten sie, ihr Telefon auszuhändigen, was sie zögerlich tat. Schließlich händigte sie den Ermittlern ihr Gerät aus. Und die Textnachrichten und Internet-Suchen, die sie fanden, veranlassten sie, ihre Handlungen vor, während und nach den Taten an Chenin, Bella und Celeste noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Und hier ist der Punkt, an dem die Dinge angeblich nicht mit dem übereinstimmen, was Nicole der Polizei über den 24. erzählte. Auf dem Höhepunkt der Beziehung von Nicole und Chris suchte Nicole bei Google nach. Zitat, der Mann, mit dem ich eine Affäre habe, sagt, dass er seine Frau verlassen wird. Das ist ungefähr zweieinhalb bis drei Wochen, bevor diese Tat stattgefunden hat. Und sie hat offensichtlich einige Fragen. Nicole hat nicht nach Dates mit einem getrennt lebenden Mann gesucht oder danach, wie es funktionieren würde, mit einem geschiedenen Mann mit Kindern auszugehen. Sie hat speziell nach Affäre gegoogelt. Interessante Wortwahl für eine Frau, die beteuert, dass sie dachte, ihr Mann lebe in Trennung und warte nur auf seine Papiere. Am 8. August googelt sie wieder. Diesmal lautete der Ausdruck, heirate deine Geliebte. Sie hat auch eine Googlesuche nach Hochzeitskleidern durchgeführt und stundenlang online nach Kleidern gesucht. Wir haben also eine Frau, die nach Affären verheirateter Männer und Hochzeitskleidern googelt und das alles, bevor die Frau ihres Geliebten und ihre Kinder verschwinden. Ist das nur ein Zufall? Vielleicht. Vielleicht denkt sie, dass die Scheidung kurz bevorsteht und deshalb wird er ihre sein. Aber man muss kein Genie sein, um die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Nicole auf eine Zukunft mit diesem Mann gehofft hatte und dass sie wusste, dass sie eine echte geheime Affäre wäre und nicht nur mit einem getrennt lebenden Mann zusammen war, der wieder auf dem Markt ist. Die Polizei sah auch sofort, dass Nicole viele der Texte und Fotos, die sie mit Chris ausgetauscht hatte, löschte. Allerdings Menschen, die nichts zu verbergen haben, verbergen auch nichts. Nun, der kalte Gedanke, dass alles gelöscht wurde. Aber sie verschwinden nicht wirklich. Und die Polizei war in der Lage, alles wiederzufinden und abzurufen. Wenn es so aussieht, als ob es immer das Telefon ist, das einen in die Geschichten mit reinbringt, ist es nicht so, dass man etwas sucht oder verschickt? Selbst wenn man es löscht, ist es nie wirklich weg. Es ist wie ein schlimmer Ausschlag. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, wie oft Google suchen und Texte zurückkommen und die Leute sich in den Hintern beißen. Die erste Frage der Polizei war natürlich, warum Nicole die Texte zwischen ihr und Chris überhaupt gelöscht hatte. Was hatte sie zu verbergen? Nun, ihre Erklärung war einfach. Sie sagte, dass sie sich vor Chris ekelte, nachdem sie aus Nachrichtenartikeln erfahren hatte, dass er nicht von seiner Frau getrennt war. Und da Shannon schwanger war, als sie verschwand. Verstehen Sie also, was sie Ihnen jetzt glauben machen will, ist, dass sie das alles erst erfuhr, als sie es in der Zeitung las. Sie hatte nicht auf sie geklickt. Sie war nicht auf ihrem Instagram Account. Sie war nicht auf ihrer großen Facebook-Seite. Sie hatte überhaupt keine Nachforschungen angestellt. Er hatte sie einfach auf der Arbeit gesagt. Ich lebe getrennt, lasse mich scheiden, warte nur noch auf den Papierkram, der erledigt werden muss. Und sie sagte nur, okay. Und er meinte, gut, sie hat nicht nachgeschaut. Sie hat es nicht überprüft. Sie hat nichts getan, was mehr als einen Mausklick erfordert. Hm. Wir wissen, dass sie weiß, wie man mit der Maus klickt. Denn wir wissen, dass sie auf Verheirateter Mann sagt, er verlässt seine Frau geklickt hat. Wir wissen, dass sie es angeklickt hat, um ein Hochzeitskleid zu kaufen. Wir wissen, dass sie sich über andere Dinge informiert hat. Aber sie hatte nie darauf geklickt, um sich über seine aktuelle Lebenssituation zu informieren. Tut mir leid, das fällt mir schwer. Wirklich schwer, damit umzugehen. Aber wir werden darauf zurückkommen. Nun, was hatte sie also gelöscht? Chris mag im wirklichen Leben schüchtern und sanftmütig gewesen sein. Aber in seinen Gesprächen mit Nicole wirkt er eher wie ein echter Romeo oder zumindest wie der Don Juan, der er sein möchte. Einige der wiederhergestellten Textnachrichten von Chris an Nicole lauteten wie folgt. Hey, hoffe du hattest eine tolle Nacht, schönes Fräulein. Komm gut nach Hause. Süße Träume, meine sexy Empanada. Chris schickte diese Textnachricht am Abend des 11. August. Zwei Tage, bevor er Shanann und seine beiden unschuldigen Kinder aus dem Weg räumte. Chris wollte auch, dass Nicole das Beste in ihm sieht. Er schickte Nicole diesen Text über seinen Charakter. Ich stehe für Loyalität, Wahrhaftigkeit und Hingabe. Ich spiele nicht gerne Spiele. Es sei denn, es handelt sich um Rollenspiele. Zwinker. Ich gebe ihnen eine Minute, um sich in den Mund zu übergeben. Es ist interessant, dass Chris darauf hinweist, dass es ihm nur um Loyalität und Wahrhaftigkeit geht, wenn er betrügt. Sowohl seine Frau als auch seine Geliebte. Ihr zufolge kann man offenbar erkennen, dass er lügt, wenn sich seine Lippen bewegen. Er belügt seine Frau, er belügt seine Geliebte. Vielleicht belügt er auch sich selbst. Aber wenn jemand anfängt zu sagen, dass er loyal und ehrlich und engagiert ist, dann macht mich das nur noch nervöser, wenn er dann anfängt zu sagen, dass er ein Diakon in der Kirche sei. Wenn Leute einfach anfangen, unaufgefordert über rote Ampeln zu reden, ist das mehr als eindeutig. So offensichtlich ist das für mich. Eine der aufschlussreichsten Texte, die Chris während ihrer Mini-Kommunikation in der Kälte verschickte, war wohl dieser. Chris schreibt, in deinem Leben zu sein, ist etwas, wonach ich mich sehne. Nun, hier ist der Grund, warum es wichtig ist, dies zu untersuchen. Das war kein Mann, der sagte, dass er sich nach dem Körper dieser Frau sehnt. Viele Affären sind rein körperlich. Da geht es nur um Lust. Was Chris hier sagte, war, dass er am Leben dieser Frau teilhaben wollte. Aber hat sich Chris so sehr danach gesehnt, in Nicoles Leben zu sein, dass er das Gefühl hatte, sein eigenes auslöschen zu müssen. Dass er das Gefühl hatte, die Familie, die in seinem jetzigen Leben sei, auslöschen zu müssen. Jeder hat die Frage gestellt, ob er sich nicht scheiden lassen sollte, wenn er es so sehr wollte. Aber wenn er es so sehr wollte, sollte er sie doch einfach verlassen. Alles ist besser als die Auslöschung der eigenen Familie. Warum sollten sie das tun? Warum sollten sie das tun, wenn sie nicht dort sein wollen? Gehen sie. Aber ein Narzisst sieht die Dinge nur aus seinem Blickwinkel. Und aus seiner Sicht wird er zum Opfer. Oh, armer Chris, es gibt jetzt keine Alimente, es gibt keinen Kindesunterhalt zu zahlen, es gibt keine Gerichtskosten für dich. Es könnte sich sogar zu einem Profitcenter entwickeln. Während die Mädchen ihre Familie North Carolina besuchten, trainierte Chris fleißig, um gut auszusehen und schickte seiner Geliebten rassige SMS und Liebesbriefe. Er zitierte Country und Reggae Songs und kaufte die kaltschnäuzigen Grußkarten mit den riesigen Herzen darauf. In einem handgeschriebenen Brief schrieb Chris, dies ist ein Zitat. Am ersten Tag, als ich dich sah, hast du mir den Atem geraubt. Am ersten Tag, an dem ich den Mut hatte, mit dir zu reden, habe ich mich in diesen umwerfenden grünen Augen verloren. Am ersten Tag, an dem wir zusammen im Park abhingen, wusste ich, dass ich süchtig war. Dieses Jahr werden große Dinge geschehen. Träume werden wahr. Da fragt man sich, welche großen Dinge Chris genau meinte. Hatte er einen Plan im Kopf, den er in die Tat umsetzen wollte, um seine Träume wahr werden zu lassen? Es gab keine Träume, die für irgendjemanden, der in diesem Schlamassel verwickelt war, in Erfüllung gehen sollten. In der Zwischenzeit war Shanann unterwegs, um Beziehungs- und Selbsthilfebücher zu kaufen. Sie arbeitete daran, einen Weg zu finden, ihre Ehe mit Chris zu retten. Anstatt diese Geste als eine Lösung zu verstehen, warf Chris eines der Bücher in den Müll. Es hätte durchaus eine Metapher dafür sein können, was er für sie empfand. Er war fertig und bereit, die Beziehung wegzuwerfen. Und sie auch. Er wollte sein altes Leben loswerden, um ein neues zu beginnen. Ich frage mich nur, wie viel Nicole wusste. Und man fragt sich, was sie wohl gedacht hätte, wenn ihr jemand zugeflüstert hätte, was, wenn er das auch mit dir so macht. Die brennende und herzzerreißende Frage war, wenn Chris so unglücklich war, wenn er sich so belastet fühlte, wenn er sich so sehr von anderen gefangen fühlte, sich scheiden zu lassen, sagen, sie wisse, dass ihre Tochter ohne Probleme gegangen wäre. Sie wusste, dass ihre Tochter genug Würde hatte, genug Selbstachtung, genug Selbstwertgefühl, dass sie nicht dort sein wollte, wo sie nicht mehr erwünscht war. Als Nicole das erste Mal mit den Ermittlern sprach, behauptete sie, dass sie niemandem von ihrer Beziehung zu Chris erzählt habe. Aber das war nicht der Fall. Aber nur ein paar Tage später änderte sie ihre Geschichte und gab gegenüber der Polizei zu, dass sie tatsächlich einem Freund von ihrer Beziehung zu Chris erzählt habe. Nur einen Tag bevor Shanann und diese süßen kleinen Mädchen in die Kälte gingen, erzählte sie ihrer Freundin, was sie an Chris nicht mochte. Es war die Tatsache, dass er bereits Kinder hatte. Sie hatte das Gefühl, dass sie immer nur die zweite sein würde. Und das störte sie, dass er, Zitat, das schon hinter sich hatte und man sich fragt, was wäre, wenn sie diese Gefühle Chris gegenüber erwähnen würde. Wenn er dachte, er könnte sie verlieren, weil er mit einer fertigen Familie belastet war. Wenn er dachte, dass Nicole das Gefühl hatte, dass er geteilte Loyalitäten haben würde, dass sie immer an zweiter Stelle nach seiner bestehenden Familie und seinen Kindern stehen würde. Vielleicht nicht für Shanann, aber für Celeste und Bella würde sie immer die andere und zweite sein. Wenn wir denken, dass das eine große Sorge von ihr war und dass er sie verlieren könnte, weil sie von seinen Kindern bedroht wurde. Könnte das die Antwort auf das Warum sein? Warum er nicht einfach gehen konnte? Warum er die Kinder und seine Frau dauerhaft loswerden musste? Wollte er wirklich nur mit Nicole zusammen sein? Koste es, was es wolle? Und hatte sie ihm zu verstehen gegeben, dass sie für niemanden und nichts die zweite Geige spielen würde? Und hatte er das so interpretiert, dass man besser mit einer reinen Weste auftaucht? Aber Nicole beharrte darauf, dass sie Chris nichts von ihren Sorgen um seine Kinder erzählt habe. Nur dem Freund, mit dem sie angeblich nicht gesprochen hatte, denn sie sagte ja, dass sie es niemandem erzählt habe. Die Polizei hat hier eine Zeugin, eine Helferin, die in einem Moment lügt und im nächsten die Wahrheit sagt, sodass man sich fragen muss, ob man jetzt lügt oder doch nicht, weil man weiß, naja, dass sie lügt. Man weiß einfach nicht, wann was eine Lüge und was die Wahrheit ist. Aber sie meinte, dass sie Chris nicht gesagt habe, dass sie von einem Freund enttäuscht war. Gleich nachdem sie erzählte, sie passe sowieso nirgendwo hin. Hast du jemals etwas zu ihm gesagt, dass seine Kinder nie ein Problem waren? Irgendetwas über seine Frau? Nein, niemals. Niemals. Das hat mich genauso schockiert, wie ich glaube, dass es den Rest der Welt schockiert. Er ist so ekelhaft. Ich schäme mich so sehr für ihn. Warum nur? Warum? Warum? Wie? Ich verstehe nicht einmal, wie man sich dazu durchringen kann, dass jemand so etwas tut. Das Mädchen sagte, sie glaube, dass sie Chris auf keinen Fall beeinflusst habe. Sie meinte gegenüber der Polizei. Zitat, äh, ich glaube wirklich, dass ihm der Käse vom Brot fiel, lange bevor er mich traf. Ist das der Grund, warum sie sich in ihn verliebt hat? Nicole schrieb derselben Freundin auch, Zitat, er scheint zu gut zu sein, um wahr zu sein. Nun, entweder rutscht sein Käse von seinem Cracker oder er ist zu gut, um wahr zu sein. Auch das ist einfach inkonsequent. Das mit dem Käse auf dem Brot und dem Cracker. Ein typischer amerikanischer Spruch und ich denke, ihr versteht den Inhalt. Nun, entweder rutscht sein Käse von seinem Cracker. Genau. Auch das ist einfach inkonsequent. Es stellte sich heraus, dass sie in Bezug auf sein Chaos recht hatte. In den Tagen nach ihrer ersten Aussage bei der Polizei rief sie die Ermittler häufig mit zusätzlichen Informationen an, die ihr gerade wieder einfielen. Ich schätze, er saß nur herum und dachte, Oh, Moment mal. Chris und Nicole sprachen am Abend zuvor und am Tag des Verschwindens seiner Familie ziemlich viel miteinander. Die meiste Zeit des Tages sagte Chris ihr, dass er mit der Arbeit beschäftigt sei. Aber die beiden tauschten den ganzen Tag über Textnachrichten aus, als ob alles normal wäre, als ob Chris nicht gerade seine Familie versteckt hätte. Chris' Tag war arbeitsreich, weil der Turm aus Lügen, den er gebaut hatte, zusammenbrach und er so viele Lügen erzählte. Es war einfach unmöglich, damit zu halten. Nun, hier ist wieder ein Fenster in seine Psyche. Ich habe ihnen gesagt, dass Narzissten kein Einfühlungsvermögen haben. Sie sind nicht in der Lage, Kummer oder Reue zu empfinden oder den Schmerz, den ein anderer empfindet, mitzuerleben. Deshalb hat er die Fähigkeit, seine schwangere Frau und sein ungeborenes Kind verschwinden zu lassen. Und schließlich auch seine beiden unschuldigen Kinder, von denen eines ihm in die Augen schaut und sagt, du wirst mir aber nicht das antun, was du ihr angetan hast, oder? Aber dann kann er sein Handy zücken und mit seiner Geliebten flirten, als wäre er auf dem Weg zur Party oder so, was seine besondere Art von kaltblütiger, losgelöster Psyche erfordert. Um 15.45 Uhr schickte Chris schließlich eine ominöse SMS an Nicole, in der er ihr mitteilte, dass seine Familie weg sei. Natürlich geriet Nicole daraufhin ins Straucheln. Was meinte er damit? Verschwunden? Und wo? Was glaubte er denn, was passiert sei? Chris wich aus und schien Nicole zufolge nicht sonderlich besorgt zu sein. Sie war erstaunt, wie emotionslos er über das Verschwinden seiner Familie gewesen war. Stattdessen erzählte Nicole der Polizei, dass Chris mit seinen Antworten auf die Frage, was denn los sei, wahrgeblieb und immer wieder versuchte, das Thema zu wechseln, was ihn natürlich misstrauisch machte. Nicole sprach auch mit dem Agenten Kevin Kobach vom Colorado Bureau of Investigation über einen unheimlichen nächtlichen FaceTime-Anruf, den sie am Montag, dem 13. August, mit Chris führte. Zur Erinnerung, seine Frau und seine Kinder waren seit jenem Morgen verschwunden. Sie sagte, ich glaube, als wir uns ein wenig unterhielten, lag er auf einer Matratze, auf der keine Laken waren. Und ich erinnere mich, dass ich ihn fragte, hey, wo ist dein Laken? Und er sagte, verloren. Ich weiß noch, dass er sagte, er würde putzen, um sich abzulenken. Ursprünglich habe ich nicht viel darüber nachgedacht, denn ein Mann, der ständig putzt und sehr, sehr gut organisiert war, akribisch und sauber ist, ist für mich nicht einfach irgendwie eine Alarmstufe. Er organisiert, das ist etwas, das einfach irgendwie, naja, ehrlich ist. Natürlich wissen wir jetzt, warum Chris keine Laken auf seiner Matratze hatte. Erinnern Sie sich, dass die Polizei in der Wohnung der Wache Bettlaken im Müll fand und auch ein rot beschmiertes Laken, das um Shananns Körper gewickelt war. Bei einer Drohnensuche wurde ein einzelnes Bettlaken auf dem Grundstück der Ölfirma gefunden. Diese Entdeckung aus der Luft war es, die die Polizei auf die Spur von Shanann, Bella und Celeste brachte. Und jetzt schreibt Chris seiner Geliebten per FaceTime von seinem Ehebett aus, demselben Bett, in dem er nur Stunden zuvor seine Frau aus dem Leben riss. Er liegt jetzt in seinem Bett. Die Füße sind bequem hochgelagert, während er mit seiner Geliebten FaceTimed. Es wurde auch erwähnt, dass Chris während dieses FaceTime-Gesprächs auch gesagt hätte, dass die Decken im Zimmer von Bella und Celeste fehlten und dass er dachte, Shanann könnte sie genommen haben. Als er danach gefragt wurde, meinte er, er wisse nicht, wohin sie sie zum Spielen mitgenommen habe. Am Dienstag, den 14. ist Chris und Nicoles Romanze abrupt zu Ende. Ihre gesamte restliche Korrespondenz hatte damit zu tun, dass Nicole Chris mit der Lüge über Shananns Schwangerschaft konfrontierte. Laut Nicole hat Chris immer wieder versucht, das Thema zu wechseln und wollte ihr keine klaren Antworten geben. Von den vielen Lügen, die Chris Watts erzählt hat, ist diese eine der grausamsten und offengesagt dümmsten. Als Nicole Antworten über Shananns Schwangerschaft verlangte und warum Chris ihr nichts davon erzählt habe. Nicole meint, Chris habe ihr gesagt, er habe bis zu dem Tag, an dem Shanann verschwand, nicht gewusst, dass sie schwanger war. Dann habe er Nicole auch gesagt, dass er nicht der Vater sein könnte. Nicole erzählt, dass ihr an diesem Punkt klar wurde, dass sie es mit einem notorischen Lügner zu tun hatte. Wenn er an dieser Hinsicht lügen konnte, dachte sie, was sollte er sonst noch verbergen? Der Anruf brachte den Ermittlern gegenüber zum Ausdruck, dass sie sich Sorgen darüber machte, wie die Medien sie wahrnehmen würden. Die kalten, skandalösen Internetrecherchen waren in den Schlagzeilen. Es scheint, als ob sie wusste, dass dies aufgrund der Medienkultur unvermeidlich sein würde. Sie versuchte, dies zu verhindern, indem sie ihren Browserverlauf löschte. Sie dachte, das Internet vergisst. Jetzt sieht es also noch schlimmer für sie aus. Sie hatte nicht nur die Suchanfragen gelöscht, sie hatte auch versucht, die Suchanfragen zu verbergen und sie wurde auch noch bei dem Versuch erwischt. Nachdem Chris zum Hauptverdächtigen im Fall von Shananns Verschwinden geworden war, recherchierte Nicole ebenfalls häufig und manchmal stundenlang online über Shanann Watts und Chris Watts. Jedes Mal, wenn Nicole nach Informationen über Chris und Shanann Watts suchte, löschte sie die Suche noch am selben Tag. Nicole suchte auch bei Google nach den folgenden Fragen. Zitat, kann die Polizei Textnachrichten zurückverfolgen? Und Zitat, wie lange die Telefongesellschaft Textnachrichten aufbewahrt? Sowie Zitat, Unterschied zwischen Textnachrichten-Inhalt und Textnachrichten-Details. Dies alles geht aus polizeilichen Dokumenten hervor. Sie sollten zuerst recherchieren, ob die Polizei Google-Suchen verfolgen kann. Nach ihren anfänglichen Aussagen bei der Polizei, nachdem Shanann und ihre Töchter gefunden wurden, suchte sie nach dem Zitat Amber Frey. Dann suchte sie Zitat Amber Frey Nettoeinkommen. Und dann suchte sie nach Amber Frey Büchervertrag. Dann suchte sie nach Hassen die Menschen Amber Frey. So sehr, wie man Chris Watts mit Scott Patterson vergleicht, kann man auch Nicole Kessinger mit Amber Frey vergleichen. Zumindest scheint Nicole Kessinger sich mit Amber Frey zu vergleichen. Ich nehme an, dass sie es tut, denn es tun auch andere Leute. Es gibt einen Unterschied, der anscheinend allgemein geglaubt wird. Und das ist, dass Amber Frey zu 100 Prozent nicht wusste, dass Scott Patterson verheiratet war. Nicole Kessinger wusste zu 100 Prozent, dass Chris Watts verheiratet war. Amber Frey hat ein Buch geschrieben, Filme über ihre Lebensgeschichte gedreht und ein erfolgreiches und glückliches Leben geführt. Aber was ist nun aus Nicole geworden? Würde mich sehr interessieren, was ihr zu dieser Meinung von Dr. Phil sagt und schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare. Das ist nur die Übersetzung gewesen von Dr. Phil. Das ist seine Meinung. So wurde es veröffentlicht. Und ja, eure Meinung dazu interessiert mich jetzt auch. Danke fürs Zuhören. Auf bald! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.